Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 157 Topor Mr. Zabini Blase verstummte, als der Mann mit den breiten Schultern ihm die Hand entgegenstreckte, die er kurz, aber kräftig schüttelte. Nehmen Sie beide doch bitte Platz. Der Aufforderung kam Blase sofort nach. An Bernice gerichtet fragte Kingsley mit warmer Stimme. Wie geht es dir Kleine? Möchtest du einen Bonbon? Eine Schale, die auf dem Tisch stand, an das Mädchen reichend, streckte die bereits ihre kleine Hand aus. Doch auf der Hälfte des Weges hielt sie inne und blickte ihren Vater fragend an, der mit einem kurzen Nicken die Erlaubnis gab, zugreifen zu dürfen. Mr. Zabini, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie haben Sie sich wieder einleben können? Es ist ja noch nicht allzu lange her, dass wir Sie gefunden haben. Zunächst kräftig schluckend, erwiderte Blase im Anschluss. Danke der Nachfrage. Ich hatte einige Menschen um mich herum, die mir meine Situation erleichtert haben. Die Angestellten im Ministerium sind auch sehr freundlich. Gerade eben hatte ich einen Antrag gestellt. Sie möchten sicherlich Ihr Haus zurück erhalten. Hatte Kingsley richtig geraten, denn dann könnte der junge Mann mit seiner Tochter ein normales Leben beginnen. Ja, Sir, aber es scheint Probleme zu geben. Meine Mutter ist verschollen und sie ist die rechtmäßige Eigentümerin. Da sie nicht als Verschieden in den Akten geführt wird... Wir mussten leider solche Vorkehrungen treffen, Mr. Zabini. Es gab einige Fälle, in denen Menschen den Grund und Boden von vermissten Familienangehörigen an sich gerissen hatten, um es zu veräußern. Die Verschollenen standen vor dem Nichts, nachdem sie unerwartet wieder aufgetaucht waren. Blaise senkte seinen Blick und fühlte sich gegränkt, weil man indirekt auch von ihm glaubte, das Verhältnis zu seiner Mutter wäre womöglich so schlecht, dass er ihr in diesem Sinne schaden wollen würde. Aber... Fuhr Kingsley ermutigend fort. Ich denke, wir können in ihrem Fall eine Ausnahme machen. Sie müssten nur unterschreiben, dass sie den Besitz ihrer Mutter weder baulich verändern, an Dritte veräußern oder mutwillig zerstören möchten. Und ich werde dafür sorgen, dass sie nicht lange warten müssen. Ich werde ein Nutzungsrecht für sie erwirken. Das Haus wird weiterhin ihrer Mutter gehören, aber sie dürfen darin wohnen. Was das Vermögen betrifft, so wird man ihnen sicherlich eine Art Pflichtteil beim Erbe zu Lebzeiten gewähren. Mit dem sollten sie auskommen, denn ich war so frei, mich über den Inhalt der Verliese bei der Bank zu erkundigen. Ich wäre ihnen sehr dankbar, Mr. Shacklebolt. Wir haben keine Bleibe und Gringotts hatte mir bisher nur einen Vorschuss aus dem Familienvermögen gewährt. Die kleinen Männer, warf Bernice grinsend ein, weil sie den Namen der Bank mit nicht sehr groß gewachsenen Kobolden assoziierte. Ihr Vater lächelte ihr zu und zeigte damit, dass sie richtig lag. Nachdem Kingsley zwei Formulare ausgefüllt und Blaze zum Lesen gegeben hatte, unterschrieb der junge Mann beide und gab sie zurück. Ich schätze, weckte Kingsley ab. Dass sie morgen Vormittag herkommen und sich bereits die Bestätigung abholen können, das Haus beziehen zu dürfen. Die Ministeriums eigenen Schutzzauber werden natürlich aufgehoben. Die Formulare legte Kingsley nicht auf den großen Stapel auf seinem Tisch, sondern separat in die Mitte, bevor er sich erneut Blaze zuwandte. Aber ich hatte sie anfangs gleich unterbrochen, Mr. Zabini. Es klang so, als hätten sie mich wegen einer ganz anderen Angelegenheit aufgesucht. Nickend bestätigte Blaze die Vermutung seines Gegenübers. Es geht um Mr. Gregory Goyle Jr. Was ist mit ihm? Wollte Kingsley wissen. Nun ja, ich dachte, das könnten sie mir sagen. Es war deutlich herauszuhören, dass Blaze besorgt schien. Kingsley war ein wenig skeptisch, doch nicht dem jungen Mann gegenüber, sondern nur aufgrund des Interesses. Darf ich fragen, warum Sie sich über Mr. Goyle informieren möchten? Es ist kein Verbrechen, sich um einen Menschen zu kümmern, der dem Tode nahe ist, oder? Fragte Blaze scheinbar zusammenhanglos und in einem Tonfall, der nur eine Antwort zuließ. Nein, ist es nicht. Wird daraus ein Verbrechen, wenn dieser Mensch das dunkle Mal auf dem Arm trägt? Ich würde auch hier verneinen, Mr. Zabini, solange es nur um das Leben dieses Todessers ging. Nicht aber darum, ihn bei einem fragwürdigen Vorhaben zu unterstützen. Kingsley blickte Blaze in die Augen und wartete darauf, erleuchtet zu werden. So erzählte Blaze mit leiser Stimme die Ereignisse, die sich damals zugetragen hatten. Er schilderte, wie Pansys und seine Familie zu den Menschen gehört hatten, die von Todessern dazu aufgefordert worden waren, sich Voldemort anzuschließen. Unabhängig voneinander waren Pansys und er von den Eltern dazu angehalten worden, die gewohnte Umgebung zu verlassen und unterzutauchen, damit sie nicht um das Leben des einzigen Kindes sorgen mussten, wenn sie sich gegen die Todesser und Voldemort aufzulehnen wagten. Die ganze Zeit hatte Kingsley zugehört, bevor er nachfragte. Sie sagten, es gäbe einen großen Gutshof in Pennenwer, der unter Fidelius stehen würde? Das hatte Miss Parkinson während ihrer Reise erfahren. Wenn man sich an dem Ort aufhalten würde, wo das Gebäude stehen müsste, dann würde irgendwann der Geheimniswahrer hinauskommen, der dann entscheiden würde, ob er einen einließe oder nicht. Ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, aber das war wenigstens ein Ziel. Man konnte ja niemandem mehr trauen. Nur zu gut konnte sich Kingsley an die Intrigen erinnern, die während der Kriegszeit gesponnen worden waren. Niemand wusste mehr, ob der Nachbar, wenn schon nicht aus Überzeugung, dann vielleicht aus Angst um das eigene Leben, ein verbündeter Voldemorts gewesen war oder nicht. Man konnte zu keiner Zeit an keinem Ort sicher sein, durfte nicht frei und offen sagen, was man dachte. Nur im Phönix-Orden, erinnerte sich Kingsley, da war man sich hundertprozentig sicher, dass es keine Spione gegeben hatte. Diese Reise muss für Sie sehr anstrengend gewesen sein, sagte Kingsley mitleidig. Es war ein weiter Weg zu Fuß. Ich war recht bald meiner ehemaligen Klassenkameradin über den Weg gelaufen. Es war schön, jemanden zu treffen, dem man vertraute. Wir fühlten uns gemeinsam viel sicherer und wir hatten es vermieden, in einem Ort länger als eine Nacht zu bleiben. Oft sind wir sogar in der Dunkelheit weitergegangen und haben tagsüber ein kurzes Nickerchen gehalten. Zum Glück war es warm gewesen. Sie haben nie Zauberstäbe benutzt? Wollte Kingsley wissen, der sich gar nicht vorstellen wollte, wie beschränkt ein Leben ohne Magie sein würde. Wie haben sie sich ernährt? Einmal die Schultern hebend und senkend zählte Blaze auf. Gemüse und Obst von Muggelbauern, Vogeleier, Fisch, alle möglichen Pflanzen. Einmal hatte ich sogar einen Hasen gefangen. Aber Miss Parkinson sagte, sie würde lieber stundenlang für uns beide Beeren pflücken, bevor sie mit ansehen müsste, wie ich so einem niedlichen Tier das Fell über die Ohren ziehe. Ich habe ihn laufen lassen. Mit einem milden Lächeln erinnerte sich Blaze an diesen besagten Tag, denn da waren sich die beiden das erste Mal nähergekommen. Wir haben sehr viel später Gregory Goll gefunden, gestand Blaze flüsternd, als würde er erwarten, allein deswegen sofort nach Asgaban geschickt zu werden. Er war völlig... Angewidert schüttelte er den Kopf. Wir hätten ihn beinahe nicht erkannt. Man musste ihm ins Gesicht getreten haben. Alles war stark angeschwollen. Zwei seiner Rippen waren angebrochen und er hatte einen Schienbeinbruch. Er war nur bedingt bei Bewusstsein, als wir ihn fanden. Er war sehr verwirrt und sagte immer wieder, dass er seinen Vater hasste. Miss Parkinson war der Überzeugung, dass man ihn mit einem Kruziatus gefoltert haben musste. Seine Muskeln zogen sich spasmisch zusammen und er spuckte ein wenig Blut. Aus Erzählungen wusste sie von ihrem Vater, wie jemand aussehen könnte, der mit einem Kruziatus gefoltert worden war. Weil Kingsley die Augenbrauen zusammenzog, erklärte Blaze schnell, Ihr Vater hatte einmal durch Zufall ein solches Opfer gesehen. Kingsley nickte verständnisvoll, sodass Blaze fortfuhr. Wir haben uns um Gregorys Wunden gekümmert und ihn mitgenommen. Die ganze Zeit über zusammengetragen, ihn gefüttert und sauber gehalten. Bis wir nach ein paar Tagen an einen abgelegenen See gekommen waren. Miss Parkinson hatte die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und all unsere Kleidung gewaschen und so auch die von Goyle. Erst da haben wir das dunkle Mal entdeckt. Beide haben wir so getan, als hätten wir es nicht gesehen. Aber uns war in diesem Moment auch klar geworden, dass Gregory kein überzeugter Todesser war, nur weil er das Mal trug. Blaze lachte kurz auf, als er einen abstrusen Vergleich zog. Denn er sagte, Und auch nicht jeder, der eine Krone trägt, ist automatisch ein König. Er schüttelte sachte den Kopf und flüsterte, Er ist da hineingeboren worden und konnte gar nichts dagegen tun. Wie ging es mit Ihnen dreien weiter? Nach und nach hatte Gregory bald wieder klar denken können. Er hatte uns nicht viel erzählt, nur immer wieder beteuert, dass er nicht wie sein Vater wäre. Wir waren mit ihm insgesamt ungefähr fünf Wochen unterwegs. Ständig mussten wir uns verstecken, weil die Wege und Straßen nicht sicher waren. Es hätte auf diese Weise ewig gedauert, Peninver zu erreichen. Gregory sagte, wir müssten sehr vorsichtig sein, denn wenn Pensy nur durch Zufall von Peninver gehört hätte, dann würden die Todesser sicherlich längst davon wissen. Unaufgefordert schenkte Kingsley seinem Besuch und dessen artiger Tochter einen Tee ein. Sie hatten damals beim Verhör gesagt, dass sie die Zauberstäbe absichtlich neben zwei Brandleichen gelegt hatten, damit man sie beide später für tot erklären würde. Warf Kingsley ein. Ja, unsere Stäbe sollten neben den Brandopfern ja nicht wie neu aussehen. Deswegen sind wir vorsichtig in das schon heruntergebrannte Haus hineingegangen, um die Stäbe zu tauschen. Warum haben sie nur zwei Stäbe getauscht? Hatte Mr. Goyle keinen bei sich? Wollte Kingsley wissen. Blaise schüttelte den Kopf. Hatte er nicht, aber zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr bei uns, denn kurz vorher... Blaise holte Tiefluft. Am gleichen Tag gab es eine Auseinandersetzung zwischen Todessern und Muggeln. Man hatte Goyle erwischt. Erstaunt, fragte Kingsley. Mr. Goyle wurde von den Todessern überwältigt? Nein, Sir. Er wurde von den Muggeln mitgenommen. Uns hatte man zum Glück nicht gesehen und wir konnten uns verstecken, aber Gregory war durch sein Bein, es war noch nicht ganz verheilt, sehr langsam gewesen. Er konnte nicht mit uns mithalten. Sie haben ihn erwischt. Das ist wirklich... sagte Kingsley mit hochgezogenen Augenbrauen. Sehr ungewöhnlich, Mr. Zabini. Haben Sie eine Ahnung, was für Muggel das gewesen sein könnten? Nein, aber wir haben gehört, dass Sie ihn nach Clover bringen wollten. Eins und eins waren schnell zusammengezählt, denn in der Nähe von Clover lag Hopkins' kleine Festung, doch dem jungen Mann wollte er nichts davon sagen. Das war auch der Tag gewesen, fragte Kingsley, an welchem einer der Todesser Miss Parkinson mit einem Gegenstand in den Rücken gestochen hatte. Richtig, Sir. Miss Parkinson fühlte sich danach sehr schwach, obwohl der Stich nicht tief gewesen war. Ich habe gleich geahnt, dass es sich um eine Art Gift handeln musste, das sich nun in ihrem Blutkreislauf befand. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon im dritten Monat schwanger, müssen Sie wissen. Ich hatte große Sorgen. Sie haben Händenwürr bald aufgegeben, wie es aussah, denn Malfoy Manor liegt in einer ganz anderen Richtung. Kombinierte Kingsley Der Weg war zu gefährlich. Miss Parkinson war davon überzeugt, dass die Todesser uns im Haus eines Todesses nicht suchen würden. Wir wussten ja aus den Zeitungen, dass man Mr. Malfoy schon seit einiger Zeit vermisst gemeldet hatte und dass Draco von der Bildfläche verschwunden war. Außerdem gingen wir davon aus, dass Mr. Malfoy sich nach dem Ausbruch aus Azkaban sicherlich nicht nach Hause wagen würde. Also musste das Haus leer stehen. Als Freund der Familie waren die Schutzzauber für Miss Parkinson kein Problem und solange ich bei ihr war, konnte auch ich das Haus betreten. Ein Problem waren anfangs die vielen Auroren, die das Herrenhaus bewacht hatten. Wir warteten zwei Nächte und nutzten in der dritten einen Schichtwechsel, um das Haus heimlich zu betreten. Dank des kräftigen Schutzwalls war es möglich, im Haus zaubern zu können, ohne dass irgendwelche Magiesignaturen nach außen gelangten und deswegen hatte ich einen der Stäbe aus der Vitrine genommen. Eine kurze Sprechpause nutzte Blaze, um von seinem Tee zu nippen. Er wollte nicht, dass die Erinnerungen an die Zeit in Malfoy Manor ihn traurig stimmten. Sein Gegenüber strahlt jedoch so eine Vertrautheit aus, dass er sich einen Ruck gab. Miss Parkinson ging es während der restlichen Zeit der Schwangerschaft gar nicht gut, aber sie hat tapfer durchgehalten. Kaum war Bernice zur Welt gekommen, glaubte ich meine Lebensgefährtin verloren. Ich war von ihrem unerwarteten Tod völlig schockiert, aber noch verstörender war es gewesen, als sie nach ein paar Stunden wieder bei sich war. Sie sagte, sie hätte alles hören und fühlen können, aber sie konnte sich nicht bewegen, nicht einmal atmen. Sie hatte den Stich dafür verantwortlich gemacht. Ich habe mich bald damit abgefunden, dass sie nur selten und in unregelmäßigen Rhythmen aufwacht. Alleine konnte ich das Haus durch die Schutzzauber nicht verlassen, aber wohin hätte ich auch gehen sollen, um Hilfe zu holen? Die Situation war so verfahren, dass wir uns in dem Haus irgendwann heimisch fühlten, heimisch fühlen wollten. Wir wollten warten, bis der Krieg vorüber war, aber wir hatten keinerlei Anhaltspunkte, keine Zeitungen, keine Informationen. Und wenn der Krieg vorüber sein sollte, dann bliebe für uns noch die Frage, welche Seite wohl gewonnen haben mochte. Und so haben wir uns dazu entschlossen, einfach dort zu bleiben und uns um die Welt draußen erst einmal nicht mehr zu kümmern. Bernice wollte auch etwas erzählen und sagte, während ihre Augen lebendig funkelten, Die schöne Frau hat Kekse gekauft. Weil Kingsley ein wenig irritiert, aber dennoch amüsiert reinschaute, erklärte Blaise lächelnd, Als wir gemerkt haben, dass jemand im Haus war, Mrs. Malfoy, da habe ich beschlossen, dass wir das Zimmer nicht mehr verlassen. Aber wie es scheint, haben sich nicht alle daran gehalten. Aber ich war doch ganz leise, versicherte die Kleine schmollend, wie du es mir immer gesagt hast. Grinsend ließ Kingsley ein paar Kekse an den Tisch schweben, woraufhin Bernice begeistert zugriff. Den Vater des Mädchens ansehend, sprach Kingsley eine Sache an, die ihn persönlich interessierte. Sie hatten den einen Abend, als wir sie festgenommen hatten, ein äußerst gutes Gehör. Blaise musste ein Lächeln unterdrücken, gab jedoch zu. Wir mussten uns während unserer Reise nach Pennenwar sehr häufig auf unsere Ohren verlassen, ganz besonders, wenn es dunkel war. Man lernt irgendwann, auf bestimmte Geräusche zu achten. Reibende Kleidung, Schritte, knackende Äste. Miss Parkinson und ich konnten sehr bald verschiedene Tierarten unterscheiden, und zwar allein aufgrund der Geräusche, die sie beim Gehen verursacht haben. Einmal hatte sich jemand angeschlichen, den wir nicht sehen konnten. Wir hörten auch keine Schritte. Aber derjenige hatte geatmet. Wir konnten ihn nur aufgrund dieses leisen Geräuschs überwältigen. Blaze blickte zu Bernice hinüber, die an einem Keks knabberte. Wir haben uns in Malfoy-Männer selten unterhalten, und wenn, dann nur sehr leise. Sie hat auch angefangen, auf Geräusche zu achten. Und dachte immer, sie könnte vielleicht irgendwann ihre Mutter atmen hören. Hat Professor Paddel oder Professor Junot sie darüber unterrichtet, wie es mit Miss Parkinson weitergehen wird? Wollte Kingsley wissen, weil das Schicksal der jungen Frau ihn nicht unberührt ließ. Sie versuchen ihr Bestes, aber ich habe mich auch an Professor Snape gewandt. Professor Junot hatte mir gesagt, dass aus Hogwarts die bisher einzige Antwort wegen des Trankes gekommen war und die Information auch noch sehr hilfreich wäre. Hatten Sie Professor Snape wegen Mr. Goll gefragt? Nickend bestätigte Blaze. Er sagte, ich solle mit Ihnen darüber reden. Kingsley nahm einen tiefen Atemzug, bevor er dem jungen Mann eine äußerst vertrauliche Information gab. Mr. Goll liegt im Mungus, gar nicht mal so weit weg von dem Zimmer, in welchem Miss Parkinson liegt. Erstaunt fragte Blaze nach. Auf der gleichen Station? Ja, als man ihn gefunden hatte, sah er ähnlich aus, wie sie es beschrieben hatten. Ich vermute, dass die Muggel ihm nochmals sehr zugesetzt haben müssen. Er hat das Bewusstsein verloren und ist bisher nicht aufgewacht. Vom Regen in die Traufe, flüsterte Blaze mitfühlend, bevor er seinem Gegenüber in die Augen blickte. Er ist noch nicht aufgewacht? Nicht ein einziges Mal? Nein, leider nicht. Man kümmert sich um ihn, aber man kann ihn nicht behandeln, weil man nicht weiß, warum er nicht aufwacht. Er reagiert aber auf Schmerzreize und zeigt Abwehrreaktionen. Dürfte ich ihn wohl besuchen? Fragte Blaze erwartungsvoll, weil er das Gesicht des ehemaligen Schülers, der ihm in einer schlimmen Zeit sympathisch geworden war, gern noch einmal sehen würde. Ich befürchte leider, dass das nicht realisierbar wäre. Nicht wegen ihm, Mr. Zabini, und auch nicht wegen Mr. Goyle selbst, aber wegen dessen Zimmergenossen. Vielleicht aber wäre es möglich, Mr. Goyle in ein anderes Zimmer zu verlegen. Blaze nickte verständnisvoll, bevor Kingsley fragte. Hat Mr. Goyle etwas über seine Zeit bei den Todessern gesagt, wo sie sich aufgehalten hatten oder wer alles dabei gewesen war? Nein, nicht sehr viel. Er sagte nur, er hätte von nun an keinen Vater mehr. Ich hatte aus Gesprächen heraushören können, dass er jemanden umbringen sollte. Er hätte es nicht gekonnt. Ich habe nie nachgefragt, aber ich war mir sicher, dass man ihn deswegen so zugerichtet hatte. Man dachte wohl, er würde sterben und deswegen hatten sie ihn allein gelassen. Mr. Goyle sagte einmal zu mir, wenn er eines Tages sterben sollte, dann nicht in seinem Elternhaus und schon gar nicht vor den ganzen Todessern. Man kann vermuten, dass die Todesser im Haus der Goyles gewesen waren, aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Er musste seine letzte Kraft dazu aufgebracht haben, sich nach draußen zu robben. In der gleichen Nacht hatten wir ihn gefunden. Wir wussten nicht einmal, dass ganz in unserer Nähe Todesser waren. Während Bernice bereits den dritten Keks wortlos verputzte, atmete Kingsley erleichtert durch. Es ist gut, dass Sie mit mir gesprochen haben, Mr. Zabini. Ich denke, ich werde es ermöglichen können, dass Sie Mr. Goyle besuchen können. Wo kann ich Sie erreichen? Momentan dürfen wir noch im Krankenhaus bleiben, aber wenn ich morgen tatsächlich das Haus bekommen könnte. Das wird sicherlich reibungslos vonstatten gehen, versicherte Kingsley. Sie verabschiedeten sich voneinander und kaum war die Tür geschlossen, hörte Kingsley einen Plopp hinter sich. Ein Elfer erschienen. Sir, Meluna hat einen Termin bei Mr. Shacklebolt, sagte die betagte Hauselfe, deren Augen aufgeregt blitzten. Seien Sie herzlich gegrüßt, Melur. Setzen Sie sich doch bitte. Grüßte Kingsley freundlich, doch er rächtete nicht damit, dass die Elfer an Ort und Stelle Platz nahmen, und zwar auf dem Boden. Dieser Augenblick bewegte und verärgerte ihn gleichermaßen, doch er riss sich zusammen. Neben sich, auf das Polster der Couch klopfend, sagte er, Nehmen Sie doch bitte hier Platz, das ist wesentlich gemütlicher. Skeptisch blickte die Elfer auf die Couch, als würde sie mit einer bösen Falle rechnen, doch sie kam seiner Aufforderung, wenn auch sehr zögerlich, nach. Sie wissen, warum ich mit Ihnen sprechen möchte? Die Elfe nickte heftig, doch man sah ihr an, dass sie sich nicht wohlfühlte. Sie können offen und ehrlich mit mir sein. Unser Gespräch ist vertraulich. Ihr Meister darf sich nicht über das heutige Gespräch mit mir bei Ihnen erkundigen, das hat er bindend unterschrieben. Es gibt also keinen Grund, Angst vor einer möglichen Bestrafung zu haben. Die Elfe machte ein Gesicht, als hätte man ihr gerade ein für sie bestimmtes Henkersball gezeigt, doch sie nickte, obwohl sie der Situation nicht zu trauen schienen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Meister und dessen Familie bezeichnen? Fragte Kingsley vorsichtig, doch die Elfe antwortete nicht. Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Leben gar nicht mögen? Wieder hielt die Elfe ihren Mund, doch an ihrem Gesicht konnte Kingsley erkennen, dass sie nachdachte und sehr wahrscheinlich alle Fragen in Gedanken beantwortete. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Dinge nennen würden, die man in der Beziehung von Mensch und Elf verbessern könnte. Gibt es etwas, das Sie vorschlagen möchten? Die meisten Elfen hatten bisher so reagiert, wie diese, die gerade vor ihm saß. Sie hatten alle aufmerksam zugehört, doch kaum etwas gesagt und schon gar nicht Schlechtes über ihre Meister. Wenige Hauselfen waren jedoch ehrlich gewesen und ihre Schilderungen hatten Kingsley schockiert. Kingsley seufzte, weil er ahnte, dass Melua, die sechsjährige Hauselfe einer angesehenen Zaubererfamilie, ebenfalls nichts zu den Umständen ihrer Beschäftigung sagen wollte. Doch er hakte nach und fragte mit leiser, vertraulicher Stimme. Werden Sie gut behandelt? Die Elfe kniff ihre Lippen zusammen, als würde sie sich selbst davon abhalten wollen, auch nur ein einziges Wort zu verlieren. Erneut seufzte Kingsley, bevor er einen Moment lang wortlos neben der Elfe saß, sich einen Tee einschenkte und höflich fragte. Möchten Sie auch eine Tasse Tee? Aufgrund dieser unbedeutenden Frage brach die Elfe in Tränen aus, denn solche netten Worte waren noch nie an sie gerichtet worden. In Hogwarts weinte sich noch jemand anders die Augen aus und Harry hatte arge Mühe, Nikolaus zu beruhigen, doch nichts, was er tat, stoppte die Tränen und das laute Schreien. Hier, sagte Ginny und reichte ihm eine kleine Dose. Hermine hat gesagt, die Paste soll man auf dem Zahnfleisch verteilen. Es wäre schmerzlindernd. Der kleine Junge war vom Schreien schon ganz rot im Gesicht. Harry hingegen vernahm bereits ein leises Klingeln im Ohr. Es war leicht, die Paste zu verteilen, denn Nikolaus Mund war weit aufgerissen, während er seinen Zahnschmerz lauthals kundtat. Was meinst du, wie viel Dezibel Nikolaus wohl erreicht? Harry grinste schelmig, während er mit seinem kleinen Finger vorsichtig im Mund des Babys hantierte. Ich würde meinen, er wäre genauso laut wie ein knallrümfiger Kröter, der gerade explodiert, erwiderte Ginny grinsend. Das Baby wurde leiser, schluchzte noch ein paar Mal mitleiderregend, bevor es vor lauter Müdigkeit die Augen schloss. Ich glaube, sagte Harry leise, ich habe jetzt einen Tinnitus. Dagegen gibt es einen Zauberspruch, scherzte Ginny zurück, die Nikolaus vorsichtig an sich nahm, um mit ihm ins Schlafzimmer zu gehen. Es überraschte Harry, dass Wobble ein paar Minuten später bei ihm auftauchte, obwohl dessen Arbeit laut Vereinbarung erst in ein paar Stunden beginnen würde. Wobble, grüßte Harry freudestrahlend, was kann ich für dich tun? Ich, ähm, der Elf schien verlegen. Setz dich erst einmal, möchtest du ein Stück Kuchen? Bereits zum Zauberstab greifend, ließ er per Levitation je ein Stück Schokoladenkuchen auf die beiden Teller schweben und aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie Wobble seine Zauberkünste beobachtete und derweil kritisch mit dem Kopf schüttelte, was Harry schon einmal bemerkt hatte. Der Elf setzte sich neben Harry und nahm dankend den Teller mit dem Kuchen entgegen. Er begann sofort zu essen, so dass Harry es ihm gleich tat. Erst nach drei Bissen Kuchen sagte Wobble leise, Sir, ich möchte in einer wichtigen Angelegenheit mit Ihnen sprechen. Verdutzt blickte Harry seinen kleinen Freund an und lauschte, als Wobble verbesserte. Beziehungsweise möchte ich Sie wegen etwas um Erlaubnis bitten. Wobble, du musst mich nicht immer um Erlaubnis bitten, du kannst ruhig... Nein, Sir, unterbrach Wobble mutig. Ich muss, es ist vom Ministerium vorgeschrieben. Den Ernst der Lage spürend stellte Harry seinen Teller mit dem angefangenen Stück Kuchen auf dem Tisch ab, damit er sich voll und ganz seinem kleinen Freund widmen konnte. Wobble stöhnte, stellte jedoch ebenfalls den Teller ab und sagte, während es ihm schwer fiel, Harry in die Augen zu blicken. Ich möchte um Erlaubnis bitten, einer Dame den Hoch machen zu dürfen. Harrys Augenbrauen gingen nahtlos in seinen Haaransatz über, wie kommen wir denn dazu, dass du mich deswegen fragen musst? Nein, Wobble, du brauchst keine Erlaubnis von mir, natürlich darfst du. Sir? Harry hielt sofort inne. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Hauself den Herrn um Erlaubnis fragen muss und nicht nur das. Wobble zog ein Stück Pergament aus der Jackentasche seines Trainingsanzugs. Auf dem Briefkopf erkannte Harry das Symbol des Ministeriums. Ich muss um Ihre Unterschrift bitten, Mr. Potter. Ich glaub's nicht, sagte Harry zu sich selbst, während er das Formular entgegennahm und zu lesen begann. Angewidert schüttelte er den Kopf, zauberte sich aber sofort Feder und Tintenfass herbei. Während er unterschrieb, sagte er entschuldigend, Das tut mir so leid, dass du mich um so eine natürliche Sache bitten musst. Peinlich berührt reichte Harry seinem Elfen das unterschriebene Formular zurück. Er kam sich schäbig vor, obwohl er immer versucht hatte, Wobble wie einen freien Hauselfen zu behandeln, auch wenn er sich bisher vehement gegen Bezahlung gewährt hatte. Harry hatte immer einen Weg gefunden, Wobble mehr Freiheit zu geben, als es laut Ministeriums Vorgaben vorgesehen war. Ihm über einen Umweg Kleidung zu gestatten, war nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Mit zittriger Hand nahm Wobble das Pergament entgegen, um es in seiner Tasche verschwinden zu lassen. Harry konnte nicht anders, als seinen Freund ermutigend auf die Schulter zu klopfen. Doch da hielt Wobble ihm plötzlich ein weiteres Formular unter die Nase, während er selbst beschämt zu Boden blickte. Zögerlich nahm Harry auch dieses Schriftstück in die Hand und begann zu lesen, bevor er erbost in den Raum hineinmeckerte. Das kann es doch nicht geben! Das ist unmenschlich! Sich beugend flüsterte Wobble. Ich bin ja auch kein Mensch! Erschrocken über sein eigenes Fauxpas, versicherte Harry, das meine ich doch nicht so! Mit dem Schriftstück wedelt, zitterte er. Ich kann es nicht glauben, das ist nicht nur rassistisch, das ist die absolute Höhe, Wobble! Eingeschüchtert wirkend fragte Wobble, Dann werden Sie es nicht ausfüllen und unterschreiben? Natürlich werde ich, aber ich wünsche, du müsstest von mir erst gar keine Genehmigung einholen müssen. Das ist ja wie im Mittelalter! Erzürnt über das Formular, machte sich Harry daran, die einzelnen Punkte durchzulesen, während ihm immer wieder Schimpfworte entwichen, über die Wobble großzügig hinweghörte, denn die galten jenem Menschen, der diese Regelung in grauer Vorzeit getroffen hatte. Was soll ich alles ankreuzen, Wobble? fragte Harry unsicher. Das, was Sie für richtig halten, Sir! Das geht hier um dein Leben, stellte Harry mit Nachdruck klar. Hilf mir bitte! Er warf seinem Freund einen flehenden Blick hinüber. Wobble rutschte auf der Couch nach vorn, betrachtete den ersten Punkt und fragte Harry verlegen. Wie viel Nachwuchs würden Sie mir insgesamt gestatten? Harry war sauer. Natürlich nicht auf Wobble, sondern auf die Menschen im Ministerium, die solche Formulare noch immer für notwendig hielten. Dean musste davon wissen, doch der konnte nichts dagegen ausrichten. Es waren Gesetze, an die sich jeder zu halten hatte. Ich sag dir was, Wobble. Ich bin, was diese Sache betrifft, er drückte dem Elf das Schriftstück in die Hand, absolut deiner Meinung. Ich möchte, dass du es für mich ausfüllst. Alles, was du ankreuzt, ist in meinem Sinne. Also mach dir keine Gedanken. In Ordnung? Ein Lächeln zauberte sich auf Wobbles Gesicht. Danke, Sir! Bei uns, wenn du seid, wien,اغ suaresse und sehr kongrupp. Alles, was du bist? Nichts. birthend назад in Deus. Nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020